Freunde der individuellen Automobil-Fortbewegung. Seid gegrüßt Tobi hier von West Berlin Customs mit einem für mich ganz besonderen Video, weil wir haben es geschafft 6000 Abonnenten bei diesem Kanal zu erreichen, bzw. die Marke zu überspringen. Das mag jetzt nichts magisches sein im Vergleich zu anderen ist es vielleicht eine relativ kleine überschaubare Zahl. Für mich ist es etwas ganz besonderes, weil die zeigt nämlich euren Support für diesen Kanal und für meine Inhalte. Parallel zu den 6000 Abonnenten ist es so, dass ich auch noch ein weiteres Jubiläum feiern kann. Ich habe genau vor zehn Jahren im Oktober 2008 die Firma West Berlin Customs gegründet und bin jetzt seit zehn Jahren im Tuning-Sektor aktiv, also auch darüber freue ich mich sehr. So richtig aktiv gibt es diesen YouTube-Kanal hier, erst seit vier, fünf Jahren ungefähr. Mittlerweile gibt es über 100 Videos, ich glaube es sind jetzt 115, 117 Videos auf diesem Kanal und das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Dafür habe ich mittlerweile jetzt einen Spezi mit an Bord, der mich sehr unterstützt, auch dafür bin ich überaus dankbar. Matthias hilft mir beim Schneiden mehr Videos und dadurch können wir mehr Content produzieren. Das ist vielleicht in einem oder anderen von euch schon aufgefallen. Die Frequenz der Videos in letzter Zeit ist auf jeden Fall deutlich höher geworden. Matthias wird übrigens auch mitkommen zur CIMA. Wir fliegen ja in Kürze zur CIMA in den USA und er wird mich auch da aktiv unterstützen und dadurch werden wir es hoffentlich schaffen, dieses Ziel haben wir uns auf jeden Fall beide gesetzt, aktiv aus den USA zu posten und in einer Form von einem Vlog, der aber nicht nur auf CIMA bezogen ist, sondern auch auf die Tuning-Szene in den USA und auf CIMA in den USA. Also da werden wir ganz aktiv posten und Matthias wird einen großen Teil davon leisten, indem ich mir vor der Kamera stehe und er die Videos schneiden wird. Weil ich mich so sehr über die 6000 Abonnenten freue, möchte ich euch gerne ein wenig an meiner Freude teilhaben lassen und habe vor ein kleines Gewinnspiel zu organisieren. Das hatte ich schon lange versprochen, das machen wir jetzt. Also wir hauen jetzt sechs WBC-Shirts raus. Wer nicht so gerne ein Shirt trägt oder keinen Bock auf das Logo hat, aus welchen Gründen auch immer, kann ja sein, dass das ein bisschen sich verformt oder was auch immer, da könnt ihr euch dann auch eine Tasse alternativ ausmachen. Also wir werden ein Gewinnspiel organisieren und da gibt es folgende Teilnahmebedingungen. Am einfachsten könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr auf unsere Facebook-Seite geht. Da könnt ihr dann einfach diesen Beitrag hier zu diesem Video entweder liken oder ihr teilt ihn oder ihr könnt einen Kommentar schreiben. Nichts davon müsst ihr. Wichtig wäre nur, dass ihr überhaupt irgendeine Interaktion leistet, dass wir eben mit euch dann nachher in Kontakt treten können und euch den Gewinn zukommen lassen können. Aber es gibt keinen Zwang, also ihr müsst nichts machen. Falls ihr keine Lust habt, eure persönlichen Daten mit Herrn Zuckerberg oder der NSA zu teilen, könnt ihr natürlich trotzdem teilnehmen. Ihr schreibt mir dann einfach eine E-Mail an youtube at westberlincustoms.de und benutzt als Betreff einfach nur 6000 Abonnenten. Ihr braucht keine langen Texte zu schreiben, keiner zwingt euch zu irgendwas. Das reicht wirklich aus. E-Mail 6000 Abonnenten und ihr nehmt auch am Gewinnspiel teil. Falls ihr weder einen Facebook Account noch eine E-Mail Adresse habt, könnt ihr natürlich trotzdem teilnehmen. Es ist zwar nicht so ganz klar, wie ihr stromlos dieses YouTube Video hier guckt, aber ihr könnt trotzdem teilnehmen. Ihr schreibt einfach einen herkömmlichen Brief oder eine Postkarte an die Postanschrift von Westberlincustoms. Die lautet Westberlincustoms, Sernsdorferstraße 9 1277 Berlin Marienfelde. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Bei YouTube selber, das heißt also in den Kommentaren, könnt ihr leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Es war bei den letzten Gewinnspielen so, dass ich dann immer wieder gefunden habe, ja, ich möchte gern teilnehmen oder ja, cool, bitte mit teilnehmen. Geht leider nicht, weil ich kann euch nämlich bei YouTube nicht erreichen. Das ist ganz wichtig für ein Gewinnspiel. Klar, ich möchte euch ja den Preis zukommen lassen. Also bitte nicht bei YouTube teilnehmen, sondern wirklich nur die erstgenannten Varianten nutzen. Da wir hier natürlich überhaupt gar keinen ausschließen wollen, könnt ihr natürlich auch gerne hier in der Werkstatt vorbeikommen. Ihr könnt mir euren Namen vortanzen und dann basteln wir alle gemeinsam ein Los aus Sperrholz, Knete und ein paar Zahnstochern. Auch so könnt ihr natürlich am Gewinnspiel teilnehmen. Wie ihr seht, schließen wir wirklich überhaupt niemanden aus. Die Ziehung wird übrigens stattfinden, sobald wir von der CIMA wieder zurück sind. Das wird so ziemlich genau Mitte November sein. Dann werden wir also in Form eines weiteren Videos den oder die glücklichen Gewinner ziehen. Wer die Lose ziehen wird, steht übrigens noch nicht fest. Bewerberinnen, Abkörbchen Größe C, können sich aber jederzeit gerne bei uns bewerben. Die E-Mail-Adresse dafür lautet Doppel-D-Fee. Die E-Mail-Adresse von der Antidiskriminierungsstelle blenden wir natürlich auch sofort ein, damit hier niemand zu kurz kommt. Ohne Flachs, wer die Glücksfee mimt, wissen wir noch nicht, wird sich überausch stellen. Ich hoffe, dass wir hier jemanden finden, der wunderbar repräsentativ vor der Kamera ist. Dieses Gewinnspiel endet am 11.11. um 11.11. Kein Scherz, wirklich 11.11. ist Gewinnspiel Ende. Danach werden wir dann den oder die glücklichen Gewinner ziehen und natürlich auch veröffentlichen. Das Ganze wie gesagt in Form eines Videos. Ich freue mich natürlich für mindestens sechs von euch an diesem Gewinnspiel teilnehmen, damit ich die Shirts am Ende nicht selber tragen muss. Also mit etwas Glück flattert euch dann Ende November, Anfang Dezember eins von sechs Shirts oder weilweise eben eine Tasse von Westbelling Customs ins Haus. Ich wünsche euch allen viel, viel Glück. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen da lasst. Ansonsten könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und sonst haben wir auch noch einen Facebook- und einen Twitter-Account und einen Instagram-Account. Wisst ihr ja alles mittlerweile. Also bis zum nächsten Video. Viel Glück noch mal euch allen. Haut da rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.